Das Black-Box-Modell im Marketing kann sowohl die Transparenz als auch das Vertrauen der Kunden beeinflussen, je nachdem, wie es angewendet wird und welche Informationen den Kunden zugänglich gemacht werden. Transparenz. Das Black-Box-Modell kann die Transparenz beeinträchtigen, da es die spezifischen Mechanismen und Prozesse, die zur Erreichung von Zielen verwendet werden, verbirgt. Dies kann zu Missverständnissen führen, da Kunden die genauen Gründe oder Methoden hinter den Marketingaktivitäten nicht verstehen. In einigen Fällen kann dies sogar zu einer negativen Wahrnehmung führen, wenn Kunden das Gefühl haben, dass sie nicht vollständig informiert sind oder dass das Unternehmen ihre Interessen nicht berücksichtigt. Vertrauen. Das Black-Box-Modell kann das Vertrauen der Kunden beeinträchtigen, wenn es als unethisch oder manipulativ wahrgenommen wird. Insbesondere in Branchen, in denen Transparenz und Integrität von großer Bedeutung sind, wie beispielsweise in der Finanzindustrie, kann die Verwendung von Black-Box-Techniken das Vertrauen der Kunden in das Unternehmen untergraben. Dies kann zu einem Rückgang der Kundenbindung, einer Abnahme der Kundenzufriedenheit und letztendlich zu einem Verlust von Geschäften führen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Auswirkungen des Black-Box-Modells auf Transparenz und Vertrauen von Branche zu Branche variieren können. In einigen Branchen, wie der Technologie- und Softwareentwicklung, kann das Black-Box-Modell als innovativ und effektiv angesehen werden. Während es in anderen Branchen, wie der Finanzindustrie, als problematisch und unethisch angesehen werden kann. Unternehmen müssen daher sorgfältig abwägen, wie sie das Black-Box-Modell anwenden, um sowohl ihre Geschäftsziele als auch das Vertrauen und die Zufriedenheit ihrer Kunden zu wahren. Betriebs für die AK in rund 64 Stunden? Traum oder Wirklichkeit? Unter dem Video auf mehr klicken und dann auf den Link.